Runde 4 der NentGate-Reihe. Heute geht es um Plumbing. Das ist so eine Art Leitungsverlegung. Selektor und Switch sollen wir machen. Ein Auswähler und einen Umschalter. Schauen wir uns gleich mal an. Das wäre der Selektor. Und was haben wir für eine Aufgabe? Letztendlich sollen wir, wir haben ein Bit S und das soll bestimmen, ob D0 an den Ausgang gelegt wird oder ob D1 an den Ausgang gelegt wird. Und wie macht man jetzt so etwas? Klassischerweise mit einem Und. Und zwar können wir mit dem Und sagen, wenn S1 ist, den legen wir auf den einen Eingang von diesem Und. Auf den anderen Eingang legen wir das D1 jetzt zum Beispiel. Dann kommt das am Ausgang ja nur durch, wenn es S1 ist. Jetzt geht es. Sobald ich S1,0 habe, kann ich hier machen, was ich will. Da wird am Ausgang nichts passieren. Und genau mit diesem Trick lösen wir die Aufgabe. Wir brauchen zwei Und-Glieder. Also eins für das D0 und eins für das D1. Hier führen wir das D0 rein. Dieses D0 soll dann an den Ausgang geleitet werden, wenn es S0 ist. Also müssen wir dieses S noch invertieren. Mache ich mal jetzt hier in die Mitte rein. So schaut das gut aus. Weil das End erwartet ja eine 1. Und wenn das S0 ist, haben wir dann hier diese 1. Also ist dieses End jetzt aktiv. Damit reagiert er auf das D0. Mache ich das S auf 0, reagiert er nicht auf das D0. Dafür reagiert er aber auf das D1, weil ja dieses End aktiv ist. Jetzt haben wir die zwei Möglichkeiten. Für S0 haben wir diese Ausgabe. Da ist der immer 0. Und für S1 brauchen wir diese Ausgabe. Und der ist immer 0. Deswegen können wir die beiden ganz cool verodern. Und sagen, entweder diesen oder den anderen. Das legen wir auf den Ausgang. Und das wäre die Lösung. Sagt er, wunderbar. Das ist die Lösung. Wir haben aber 8 NAND-Gates benutzt. Und es geht mit weniger. Naja, kein Problem. Können wir ja machen. Wie finden wir die Lösung mit weniger NAND-Gattern? Wir wissen, das End war ein NAND mit Inverter bei uns. Also statt dem AND können wir ein NAND und ein Inverter setzen. Statt dem OR, statt dem anderen AND auch. Machen wir auch mal. Ein NAND und ein Inverter. Statt dem OR können wir setzen ein NAND und zwei Inverter. Jeweils da unten. Das wäre unser Aufbau. Ich mache es mal einfach nebenhin, diese beiden Inverter. Inverter auf NAND. Inverter auf NAND. Und dann brauchen wir natürlich diesen Inverter da unten auch noch. Aber weil wir jetzt ja hier zwei Inverter hintereinander haben, können wir uns die sparen. Zweimal invertieren ist wieder das Gleiche. Also alle weg. Und dann haben wir praktisch unseren einfachen Aufbau. Ein NAND geht in zwei andere NANDs rein. Den Inverter brauchen wir noch. Alles andere schmeißen wir jetzt hier raus. Und nehmen unsere neue Lösung. Wir wollen einmal den Eingang invertiert haben. Einmal wollen wir den Eingang in Standard haben. Und dann gehen wir auf die Daten entsprechend. Und wenn wir jetzt hier eine Null haben, dann geht der Null an den Ausgang. Dann haben wir eine 1. Dann geht der D1 an den Ausgang. Tatsache. Jawohl. I have completed this level. Und jetzt sagt er, es sind nur noch vier Bauteile. Vier NAND Gates insgesamt. Optimale Lösung. Und da wollen wir ja hin. Das war der Selektor. Nächster Level. Der Switch. Der Switch ist quasi das Gegenteil von dem Selektor. Wir haben einen Dateneingang und zwei Ausgänge. Und je nachdem, ob wir hier eine Null oder eine Eins haben, soll das D nach C0 gehen oder nach C1. Da können wir uns, wie gehen wir da ran? Wir können uns zum Beispiel die Wahrheitstabelle hier anschauen und sagen, C1 ist ja ein ganz alter Bekannter. Das ist einfach unser End. Null, 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 Eins. Das war das End. Halt. End ist hier. Genau. Null, 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 Eins. Und das legen wir jetzt hier rein. Und dann haben wir den C1 schon mal erschlagen. Ohne groß nachzudenken. Den C0 kann man sich überlegen. Da soll der Ausgang dann 1 sein, wenn S 0 ist und D ist 1. Also wir brauchen auch wieder eine Unverknüpfung. Wir müssen aber das S invertieren, weil das Un braucht ja zwei Einser am Eingang. Nehme ich nochmal ein End. Sagt, da invertiere ich den S Eingang und sagt, das D geht hier wieder an das B von dem anderen End. Schauen wir mal, so kann man es hin sortiert. Und dann sollte die Funktion schon passen. Also testen wir mal. Wenn hier eine 1 ist, geht die an C0. Sobald ich hier eine 1 setze, geht sie stattdessen an C1. Also genau das umgesetzt, was wir brauchen. I have completed this level. Er sagt, optimale Lösung. Und das war, kurze Version heute. Der vierte Teil von unserer NAND-Serie. Schauen wir uns mal in die Level rein. Switch haben wir jetzt. Nächste wäre Letch. Die alle sind schon grün, aber beim nächsten Mal. Die alle sind glühen, aber beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.